Bubble J. Cat Das Spiel wurde veröffentlicht vor zwei Wochen. Das ist August 21 und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal ein neues Spiel. Es gibt wohl drei Enten. Ich hoffe, wir finden sie alle. Mal schauen. Jedern Vollmond verschwindet meine Katze J. Cat für drei Tage. Das hat er, seit er vor 13 Jahren von mir adoptiert wurde, schon gemacht. Aber dieses Jahr sind es fünf Tage und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Er hat sowas noch nie vorher gemacht und ich fange an, mir Sorgen zu machen. Okay, ich schätze, ich sollte besser raus und nach ihm suchen gehen. Ich frage mich, ob es irgendeinen Hinweis gibt, wo er wohl hingegangen sein könnte. Ich sollte wohl besser ein paar Dinge mit mir nehmen, wie Essen oder ein Spielzeug und mein Handy natürlich. Okay, wir können uns hier umsehen, zum Beispiel das Bild angucken. Das ist von einer Freundin von mir gemacht worden, die... Oh, da steht Mind, aber ich glaube... Ich glaube, es soll Mind heißen. Also eine Freundin von mir. Genau, die ist Allustratorin. Dekorieren ist so viel einfacher, wenn du kreative Freunde hast. Okay, dann haben wir noch die Gitarre. Oh, die können wir benutzen. Ich werde ein paar Songs für J-Cat spielen, sobald ich ihn gefunden habe. Oh, ich hoffe, das können wir dann wirklich. Äh, Rucksack öffnen. Oh, ich sollte nicht vergessen, mein Handy mitzunehmen. Hast ein Mobiltelefon erhalten. Okay. Ähm, haben wir irgendwo ein Inventar? Ah, ja, haben wir. Ähm, links klick, um Items anzugucken. Rechts klick, um sie zu untersuchen. Okay, unser Handy. Ich kann mir hier Notizen machen. Meine Katze J-Cat ist jetzt seit fünf Tagen verloren. Ich werde heute mich auf den Weg machen, ihn zu finden. Wünsche mir Glück. Okay, mehr haben wir noch nicht und können wir auch telefonieren. Oh, wir können die Polizei und einen Freund anrufen. Ähm, rufen wir erstmal einen Freund an. Du, du, du. Keiner geht ran. Ähm, ich habe keine Freunde. Oh, oh nein, sag sowas nicht. Ähm, können wir die Polizei anrufen? Ich will die noch nicht anrufen. Ich möchte, ja, ich will nicht in Schwierigkeiten geraten. Lol. Okay. Ähm, das Schuhregal. So viele Schuhe für nur zwei Füße. Da hat sie nicht ganz unrecht. J-Cats Foto will ich auch noch angucken. Ähm, Moment, angucken. Ähm, das ist ein Foto, was ich kürzlich von J-Cat gemacht habe. So wunderschön, wie er ist. Okay. Ähm, so. Wir können in die Küche gehen. Da will ich aber noch nicht hin. Erstmal will ich mir das Bild noch angucken. Sieh dir meine Kollektion an. Ich bin so stolz. Okay, ähm, hier ist ein Stockspielzeug. J-Cat liebte dieses Spielzeug, aber in letzter Zeit will er damit nicht spielen. Liebe ist, ähm, wandeln, schätze ich. Okay, aber das Mausspielzeug scheint er zu mögen. Das können wir nämlich hier mitnehmen. Das ist J-Cats aktuelles Lieblingsspielzeug. Ich sollte es mit mir nehmen. Okay, cool. Ähm, den Katzenbaum können wir uns angucken. J-Cats Katzenbaum. Er liebt, da oben drauf zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Okay, das Katzenbett. Oh, J-Cat, wo bist du nur? Seine Kumpelspielzeuge oder seine Kumpelkuscheltiere sind alle hier und er muss sie so sehr vermissen. Er braucht sie, um gut zu schlafen. Oh, was ist das? Eine winzige Karte? Eine Karte? Hat J-Cat uns ernsthaft eine Karte zurückgelassen? Seltsam. Ich sollte davon ein Foto machen, nur für den Fall, dass ich es verliere. Ah, okay. Ein Foto von der Karte, die ich in J-Cats Bett gefunden habe. Oh, okay. Das hier unten ist irgendwie verschlüsselt. Ich glaube, das kenne ich. Da malt man so eine Tabelle und an die eine Seite macht man, an die eine Tabelle macht man Punkte und an die andere nicht und dann macht man noch so ein X. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen dafür noch eine Entschlüsselung. So, wir können das Sofa benutzen. Der Lockdown ist so langweilig ohne J-Cat, die mit mir sitzt. Okay, wir können aus dem rechten Fenster gucken. Von hier aus kann ich eins meiner, eins von den Fenstern meines Nachbarn sehen. Sie ist eine Hexe und sie besitzt eine schwarze Katze. Sie ist ein bisschen... Luni. Ein bisschen verrückt über die Magie, was ich etwas seltsam finde. Aber sie redet sehr viel und sie ist sehr freundlich. Wir haben nette Konversationen über unsere Katzen, Katzenspielzeuge und Katzenfutter. Okay, das linke Fenster. Oh, der Künstler, der auf dem Erdgeschoss lebt, mir gegenüber, der gießt gerade seine Blumen. Er ist etwas seltsam, aber er ist freundlich. Nicht so wie der Typ mittleren Alters, der im ersten Stock wohnt. Der ist gruselig und er besitzt einen großen Hund. Okay, wir haben hier noch mehr Bilder. Ich habe so viel Zeit darauf verwendet, auszusuchen, welche Art Kunst ich an meine Wände hängen möchte. Es ist sehr schwierig für mich, mich zu konzentrieren, wenn ich unzufrieden mit meiner Umwelt bin. Okay, dann können wir den Armstuhl auch benutzen. Es ist jetzt echt nicht die Zeit, rumzusitzen, wenn ich ehrlich bin. Ich sollte weitermachen. Ja, okay, da hast du natürlich recht. Wir können die Uhr anschauen. Die Uhr tickt. Ich sollte das Haus verlassen und nach J-Kat suchen. So schnell wie möglich. Okay, wir können die Schlafzimmertür benutzen. Wie kann ich schlafen, wenn J-Kat noch verschwunden ist? Okay, wir können nicht die Schlafzimmertür benutzen. Dann gehen wir mal weiter. Wir können ja noch in die Küche gehen. Wir müssen ja auch Essen mitnehmen. Wir können in den Kühlschrank gucken zum Beispiel. Ich mag es nicht, wenn mein Kühlschrank leer ist. Wenn er leer ist, dann ist mein Gehirn auch leer. Wie auch immer. Im Moment brauche ich nichts davon. Okay. Die Kitchen Unit. Das ist mein Küchenschrank, aber ich brauche von dort nichts. Okay, hier unten. Da sagt sie dasselbe. Hier. Nur zur Sicherheit. Auch. Ähm. Den Kaffeemaster 3000. Das ist mein neuster Kauf. Der Kaffeemaster 3000. Er macht Latte und Cappuccino. Oder ich mache Lattees und Cappuccinos damit. Das ist mein Haupt-Hobby. Oder meine Hauptfreizeitbeschäftigung. Ähm. Ich trinke viel zu viel Kaffee. Ich habe oft Probleme damit einzuschlafen. Und das macht meinen Schlafrhythmus komplett kaputt. Manchmal fühle ich mich wie ein Zombie. Hm. Sollte ich vielleicht einfach nicht mehr so viel Kaffee trinken? Das klingt absolut so, als solltest du nicht mehr so viel Kaffee trinken. So, die Küchen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Auch Küchenunit, oder? Auf jeden Fall ist da ein, ein Ofen und halt, man kann drauf kochen. Herdplatten. Seit der Pandemie habe ich mehr gekocht denn je. Ähm. Und es ist eigentlich auch irgendwie gut für das Budget. Außerdem ist es eine gute Ausrede, um mal auszuprobieren, ein paar Kekse zu backen, die ich draußen nicht kaufen kann im Moment. Okay. Ja, selbst kochen ist tatsächlich gut. Das mache ich auch meistens. Oh, wir könnten den Müll leeren. Er ist noch nicht voll. Ich werde das machen, wenn es, ja, wenn es voller ist. Okay. Ähm, die Blumen können wir auch noch angucken. Aber ich probiere es gerade so hart mit meinen Blumen. Bitte sterbt nicht. Aber das kann ich nachvollziehen. So, wir können in den Schrank gucken. Da ist bestimmt das Katzenfutter. Ich sollte etwas Katzenfutter mitnehmen, bevor ich gehe. Was, wenn J-Cat verhungert? Oh, okay. Wir können nur eines dieser, dieser Essen mitnehmen. Ich frage mich, ob das das Ende beeinflusst. Aber ich hoffe nicht. So früh im Spiel schon. Okay, wir können Hühnchenpaste mit Bohnen mitnehmen. Ähm, Fleischpaste mit Möhrchen. Oder, ich glaube, das ist Geflügelherzen feuchtes oder nasses Essen. Ähm, ich finde... Uff, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich mag Bohnen. Also nehme ich mal die Hühnchenpaste mit Bohnen mit. Okay. Das neueste... Ah, das ist das neueste Katzenfutter, das der Tierarzt vorgeschlagen hat. Ähm, willst du es mitnehmen? Ne, dann will ich erst mal noch lesen, was zu den anderen da steht. Moment, ähm, Fleisch mit Karotte. Das ist J.K.'s Lieblingsessen. Aber der Tierarzt, ja, empfiehlt es eigentlich nicht. Okay. Ne, dann das letzte. Ähm, Geflügelherzen. Genau. Äh, J.K. mag es nicht. Also ist da viel von übrig. Okay, ne, das nehmen wir. Dann hat es ja gar keinen Vorteil. Ähm, soll er sein Liebstes, was der... Ich mein... Hm, ach, ich weiß nicht. Wir wollen ihn ja wiederkriegen. Wir geben es ihm nicht jeden Tag. Wir nehmen das, was er am liebsten mag. Ja, wenn er es nur einmal isst. Er hat jetzt seit fünf Tagen das schon nicht gegessen, oder? Ja, wir nehmen das mit. Okay. Ähm, dann gucken wir mal weiter. Dann können wir jetzt wahrscheinlich gehen, oder? Dann gibt's ja hier eigentlich nichts. Probieren wir mal rauszugehen. Okay, ich denke, ich bin bereit. Ich komme, J.K. J.K. Hier ist ein Fahrrad. Nettes Fahrrad. Oh, ist nicht unser Fahrrad. Ich träume davon, eines Tages Fahrrad zu fahren, mit J.K. vorne in meinem Korb. Aber ich glaube, er hätte zu viel Angst. Ach, J.K. Wo bist du nur? Okay, hier sind gesunde Pflanzen. Oh, super. Scheint, als würde sich immer noch jemand um diese Pflanzen kümmern. Ich bin nicht gut damit, Pflanzen zu pflegen. Ich habe schon so viele von ihnen zu Hause getötet. Nur meine Monstera hat überlebt. Das ist so peinlich. Ach, macht dir keine Sorgen. So, ist hier vorne noch irgendwas? Nein. Dann gucken wir mal diese gesunden Pflanzen an. Ah, nein, das ist dasselbe. Hier, die blättrige Pflanze, meinte ich eigentlich. Wow, so grün und so hydriert. Ähm, ich wünschte, ich hätte einen grünen Daumen. Ich wünschte, ich könnte meine Wohnung mit Pflanzen füllen, so wie die Bilder auf Pinterest. Okay, hier sind vorkürzlich, also kürzlich gegossene Pflanzen. Diese Pflanzen machen den Hof hier nett und komfortabel. Die Nachbarn haben hier oft rumgehangen vor dem Lockdown. Okay, hier ist, oh, die Künstlertür. Okay. Da können wir mal fragen, ob er Jack hat gesehen hat. Wer ist da? Ich fühle mich nicht komfortabel, damit die Tür zu öffnen, weißt du? Wir sollten Distanz wahren. Das ist in Ordnung. Ich wollte nur Hi sagen und ich wollte wissen, ob du meine Katze kürzlich gesehen hast. Er fehlt jetzt schon seit fast einer Woche. Ach, du bist es. Oh, tut mir leid. Ich, weißt du, ich will nur sicher gehen, heutzutage. Ähm, manchmal komme ich hier in den... Oh, er redet, er redet manche Worte Deutsch. Ähm, manchmal komme ich hier in den Garten und wässere meine Blumen. Ich habe deine Katze nicht gesehen, das tut mir wirklich leid. Ah, das macht nichts. Ich werde weitersuchen. Ah, warte, komm doch mal in meine mobile Galerie. Sie ist draußen, ähm, außerhalb des Hauses. Du solltest mal nachgucken. Weißt du, wir sollten sicher sein und alles, aber Kunst sollte niemals sterben. Okay. Ähm, gucken wir an. So, wir können auch durchs Fenster gucken. Ich kann sein Wohnzimmer von hier aus sehen. An der Wand hängen viele Bilder. Er hat einen sehr besonderen Stil. Oh, und da ist ein Sticker auf dem Fenster, wo steht Atomkraft, nein, danke. Okay. Ähm, das hier vorne können wir aber nicht angucken. Ah doch, Minigarten. Das gehört... Achso, nee. Dank der Nachbarn wird sich hier gut um die Grünfläche gekümmert. Okay. Dann können wir in die Lobby. Oh, wow. Ein Haus mit einer Lobby. Ähm, wir können den Briefkasten öffnen. Da ist keine Post für mich. Nicht mal ein... Ja, nicht mal ein Liefermenü. Okay, hier ist... Oh, das Notizbord. Oder das... Ja. Ähm, Notiz. Liebe Mieter, wegen der Pandemie bitte versucht nicht rauszugehen. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, ruft den... Ähm... Den... Na, wie sagt man? Ähm, der sich um das Haus kümmert. Den Hausmeister. Den Hausmeister an. Ich sollte wirklich rausgehen. Aber es ist... Achso, ich sollte wirklich nicht rausgehen. Aber es ist ein Notfall. Ja, ich glaube, um die Katze zu suchen, ist das schon okay. Oh, wir können auch nach oben gehen. Und hier... Ich muss im Moment nicht in den Lagerraum. Was für ein fancy Haus, das einen Lagerraum hat. Und hier ist ein Paket. Ich sollte die Pakete von anderen Leuten nicht anfassen. Okay, dann machen wir das nicht. Dann gehen wir einmal nach oben und gucken mal, was da ist. Ah, hier ist dieses Haus. Die Tür von der Hexenfrau, was wir durchs Fenster gesehen haben. Ah, und da ist der... Der unfreundliche Typ. Ähm, okay. Erstmal die Hexen-Lady. Ähm... Ne, ich kann nicht lesen, was da steht. Ich wünsche, ich könnte lesen, was da steht. Klopfen wir mal. Ich komme! Hallo! Oh, Honey! Ähm... Wie... Wie gehen die Dinge? Äh, ich hab... Ich hab das Gefühl, wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Hallo! Ja, es ist wahr. Wir haben uns schon ungefähr einen Monat... Oder es ist schon ungefähr einen Monat her, seit der Lockdown begonnen hat. Alle versuchen nur, sicher zu sein. Und... Ja, Social Distancing, ne? Ja, aber nicht für mich. Mit meinem magischen... Mit meiner magischen Formel kann mir nichts passieren. Die Wurzel von 16 ist 4. Und die Wurzel von 25 ist 5. Alle Demons... Oder alle Dämonen sollen weg. Ah, okay. Es reimt sich. Es reimt sich auf Englisch. Also, Square root of 16 is 4. And square root of 25 is 5. All Demons bag away. Jetzt reimt sich doch nicht. Hä? Okay. Na dann. Alles klar. Gut. Aber, ähm... Mal nebenbei. Hast du J-Cat gesehen? Er ist jetzt schon fast eine Woche verschwunden. Oh, nein, Honey. Hab ich nicht. Wenn meine Katze Banky verschwinden würde, dann würde ich mir auch Sorgen machen. Er gibt nicht viele Leute auf den Straßen im Moment. Und er könnte verloren und hungrig sein. Ja, deswegen bin ich ja auch so besorgt. Ach, wie auch immer. Ich sollte wohl weiter nach ihm suchen. Warte mal kurz. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ähm, tut mir leid. Ich sollte gehen. Ja, klar. Ne, wir helfen natürlich. Ja, klar. Wie kann ich helfen? Oh, danke schön, Honey. Also, ähm, eine, ja, eine Ladung Katzenfutter und Katzenstreu wurde heute, ist heute geliefert worden, aber es ist ganz schön schwer. Normalerweise würde der Maler mir helfen, es hochzutragen, aber da er, ja, halt sicher geht heutzutage, kann er mir nicht mehr helfen. Wärst du so nett und könntest mir helfen, es hier hochzutragen? Ja, klar. Lass uns runtergehen und sie holen. Okay. Dann können wir es jetzt aufheben, sonst wissen wir ja auch, was drin ist. Oh, super. Vielen Dank. Ja, großartig. Aber ich sollte jetzt gehen. Warte. Ich muss dir doch irgendwie deine Hilfe bezahlen. Bitte, nimm das. Oh, okay. Okay, wir haben einen Katzenkrallenzauber. Ähm, einen Voodoozauber aus vier Katzenkrallen. Krallen oder zehn, da bin ich mir unsicher. Aber sie sind an ein Lederband gewickelt. Und ja, es ist ein Geschenk von der Hexenlady, die neben, in der Nähe wohnt. Okay. Cool. Es wird dich beschützen vor schlechter Energie. Und es könnte dein Leben retten, falls es notwendig ist. Oh, das kann ich nicht annehmen. Bitte behalte es. Ich glaube nicht an diesen Scheiß. Oder das ist so nett von dir. So ein, ja, wir sind auf jeden Fall nett. Also so ein liebevolles Geschenk. Und ich mag Katzenzähne. Lol. Auf jeden Fall, ich will sagen, dass es sehr nett ist. Okay, jetzt haben wir den erhalten. Cool. Hab einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du findest J-Kat bald. Okay. Wollen wir bei dem unfreundlichen Typen auch anklopfen? Wir gehen erstmal hoch. Ich weiß, ich kenne wirklich niemanden, der weiter oben wohnt. Ah, okay, da können wir nicht hin. Na gut, dann klopfen wir bei dem unfreundlichen Typen an. Na, wann, was willst du? Du weißt, du solltest nicht hier sein. Entschuldigung. Okay, der ist wirklich ein bisschen unfreundlich. Oh, hast du nicht davon gehört, dass man, ja, zur Hölle zu Hause bleiben soll? Ja, ich würde wirklich gerne zu Hause bleiben, Mister, aber ich suche nach meiner Katze. Ich fragte mich, ob sie sie kürzlich gesehen haben. Er ist jetzt schon fast eine Woche weg. Ja, jetzt hör mal zu, ich hab echt keine gute Erinnerung, vor allem mit Katzen. Aber heute Morgen, als ich meinen Hund im Park spazieren geführt habe, da hab ich eine schwarz-weiße Katze gesehen, die in der Straße in der Nähe von Alabama Pub war. Der hat Müll in der Tonne durchwühlt und sah ziemlich hungrig aus. Könnte irgendeine Katze sein, könnte deine Katze sein, keine Garantie. Oh, danke für die Information. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich du wäre, würde ich es einfach sein lassen. Du weißt nie, ob deine Katze infiziert nach Hause kommen könnte. Also, ich mein, ich hab dir ja gesagt, er hat durch den Müll gewühlt und so. Okay, der Hund bellt. Oh, okay, danke für den Tipp. Wie auch immer, haben sie einen schönen Tag. Okay, dann haben wir jetzt zumindest schon mal einen Hinweis. Wir werden die Katze natürlich nicht einfach draußen lassen. Wir gehen auf die Straße. Es fühlt sich echt gut an, so auf der Straße zu sein, nachdem man so lange isoliert zu Hause saß. Die Luft fühlt sich schön an, der Sonnenschein ist warm und die normale Nachbarschaft sieht extra gut aus. Ich denke daran, wie viele Dinge wir normalerweise, ja, für geschenkt nehmen. Tja, aber ich sollte jetzt nicht einfach nur die Szenerie bewundern. Ich hab wichtige Dinge zu tun. Okay, wir haben hier ein Poster, das führt ja zu der Galerie. Das haben wir ja schon von gehört. Mobile Galerie, ha? Ja, absolut. So, was ist hier noch? Ein geschlossener Laden. Ja, die Läden haben immer noch zu, wegen dem Lockdown. Ich hoffe, die Dinge werden irgendwann wieder normal. Ich vermisse shoppen gehen. Okay. Geht's hier unendlich weiter, frage ich mich. Hier ist eine Schule. Die Schulen haben auch geschlossen. Studenten müssen zu Hause online unterrichtet werden. Ich bin mir sicher, die Eltern werden ganz wahnsinnig. So ein Albtraum. Okay, das hier unten können wir nicht angucken. Dann gehen wir mal hier weiter. Mal gucken, was hier ist. Ah, hier ist ein Park. Okay. Und wir können in die nächste Straße. Und können wir hier noch weiter? Anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung und gucken uns die mobile Galerie an. Hier wohnen wir, in der 18 anscheinend. Oh. Ich glaube, das hier ist die mobile Galerie, von der der Künstler geredet hat. Ich denke, ich sollte sie mir ansehen. Die ist echt nah. Wir gucken sie erst mal an. Hm. Ich habe das Gefühl, ich hätte das früher bemerken müssen. Ich frage mich, wo der Maler normalerweise sein Auto parkt. Ich sollte mal reingucken. Lässt du das einfach so unabgeschlossen hier stehen? Ist aber ganz schön risky. Und hier geht es auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal rein. Wow, das ist wirklich... Es ist sehr... Okay, mehr sagt sie nicht dazu. Cool, aber auf jeden Fall. Hier ist eine... Oh. Hier ist eine geometrische Skulptur. Mir ist langweilig. Vinyl. Mir ist langweilig so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich könnte bald drauf gehen. Okay, dann haben wir hier noch eine... Ähm... Ja, eine gruselige Skulptur. Fang meinen Tropfen. Äh, fang meinen... Ähm... Fang meine Träne. So, aus Ton. Ähm... Keiner weiß es, aber mein Leiden verwandelt sich in eine Box. Ich kann es fangen und mit meiner Hand beschützen. Ähm... Okay. Ähm... Ähm... Eine Fragezeichen, 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 Fragezeichen-Skulptur. Große Augen aus Vinyl. Oh. Ähm... Durch unser Leben... Ähm... Achso, obwohl unser Leben ein Zustand ist, ist es so komplex und voller... und vielschichtig. Die Visualität von... Ähm... Ähm... Oh Gott. Ähm... Was wir sehen... Ja, jeder unterschiedlich, ähm... Hyperstimuliert durch das Internet, wird radikal infrage gestellt. Ähm... Es steht dem entgegen, oder es steht der, der, der physisch, der, der, des Seins von gedruckter Literatur, also dem steht es entgegen oder in Kontrast dazu. Und die finale Form, die Lesbarkeit der finalen Form, die wir natürlich observieren, ähm... Ja, spielerisch durch ein Fenster und so weiter und so weiter. Okay, das ist anscheinend ein langer, komplexer Text. Ähm... Tut mir leid, dass ich den nicht so gut übersetzen konnte, jetzt so. Mhm. Ja, also... Also es steht halt im Widerspruch die Literatur, das, was wir durchs Fenster sehen und was wir im Internet sehen, jeder unterschiedlich. So ungefähr. Okay, sie versteht's auch nicht so richtig. Ähm... Hier ist ein abstraktes Gemälde. Ähm... Ja, mein bittersüßes Zuhause. Öl auf Leinwand. Zuhause ist ein Ort, wo wir uns sicher fühlen können, aber Zuhause ist auch ein Ort, der uns von der Außenwelt isoliert. Wenn unser Zuhause kein süßes Zuhause mehr ist und die Welt gefährlich ist, wo können wir dann Unterschlupf finden? Uff, okay, das ist... Das ist tatsächlich, ähm... Eine schwierige Frage. Aber ich muss sagen, trotz Pandemie habe ich meine Wohnung nicht als Gefängnis gesehen. Auch wenn ich die ganze Zeit dort war, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht... Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, wie es euch geht. Ähm... Hier ist ein heimeliges Porträt auf jeden Fall. Meine Mutter. Acryl auf Leinwand. Äh... Oh, ein Gastartist. Agnes Kunstmann. Ich frage mich, ob das ein echter Name ist. Vielleicht hat die beim Spiel geholfen. Seit die Pandemie angefangen hat, bin ich zurück aufs Land gezogen, wo meine Mutter ist, damit wir einander Gesellschaft leisten können. Das ist ein Porträt, das ich von ihr gezeichnet habe, als sie eingeschlafen ist, während sie auf ihrem Abendstuhl Fernsehen gesehen hat, um 3 Uhr morgens. Nee. PM. Ach, ich verwechsel das immer. Ist PM nachmittags oder vormittags? Es könnte auch 3 Uhr nachmittags gewesen sein. Da bin ich mir so... Ich glaube, AM ist morgens und PM ist abends. Ähm... Okay. Hier sind auf jeden Fall noch kleine Gemälde. Ähm... Ah, okay. Kein Titel. Gemischte Medien auf Leinwand. Auch nochmal ein Gastartist. Joey M&M. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hasse es. Kunst... ähm... zu beschreiben. Du siehst, was du siehst, schätze ich. Das finde ich eigentlich eine coole Einstellung. Also, klar ist es auch immer cool zu sehen, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Aber, ne, man kann es ja auch so interpretieren, wie man möchte. Mysteriöses Gemälde. Es sieht aus, als hätte es dieselbe Geheimschrift wie die Notiz von J-Cat. Ähm... Hoch, runter, links, rechts. die Richtung verlieren. Auch Mixed Media. Ähm... Manchmal sind wir verwirrt, denn wir haben unsere Richtung verloren. Ohne einen Übersetzer bin ich verwirrt. Ich bin nur eine Seele ohne Kompass. Hey, das sieht aus wie die Symbole auf dieser kleinen Karte. Ja, genau. Das könnte nützlich sein. Ich speichere das mal auf meinem Handy. Ah, okay. Ähm... Ja, das... Foto von dem Kunstwerk. Hoch, runter, links, rechts. Es hat dieselben Symbole wie die Karte, die ich in J-Cats Bett gefunden habe. Cool. Ähm... So, und die... Oh, das hätten wir vielleicht am Anfang lesen sollen. Die, ähm... Einführung. Machen wir trotzdem jetzt. Ähm... Social Distancing Ausstellung. In einer Zeit großer Isolation erkunden wir die Beziehung zwischen Gesellschaft und Raum. Einsamkeit und Verletzlichkeit verloren und gefunden werden alles in einem. Okay. Aber voll coole Aktionen. Ich frage mich, ob das wirklich jemand gemacht hat. So eine mobile Galerie. Wäre auf jeden Fall cool. Dann gehen wir aber mal wieder raus und gehen mal weiter in die andere Straße, würde ich sagen. So. Aber wir können uns auch ein bisschen schneller bewegen. Ähm... Dann mache ich das mal. Und dann gucken wir mal, was hier in der nächsten Straße zu finden ist. Oh, okay. Hier sind Poster auf jeden Fall schon mal. So viele Poster. Ich glaube nicht, dass ich auch nur eins davon lesen könnte. Achso, weil die so übereinander geklebt sind. Flohmarkt, Techno, Falafel. Okay. Ähm... Hier ist ein Zahnarzt. Oh, es ist zu. Du kannst aber immer noch eine Hilfnummer anrufen, wenn du einen Notfall Zahnschmerz hast. Okay. Ähm... So, hier ist... Oh! Einer Tür, Doppeltür. Moment. Dann will ich aber noch mal in die andere Richtung kurz gucken. Nicht, dass da wieder nur ganz wenig ist. Oh, hier können wir aber auch rein, in die 16. Ich glaube nicht, dass ich einfach in die Wohnung von jemand anderem laufen kann. Außerdem ist das gar nicht wichtig, denn ich will ja finden, wo J-Cat ist. Okay. Und hier geht's auch nicht weiter. Aha, dachte ich's mir doch. Dann können wir jetzt in die längere andere Richtung. So. Äh, ja, probieren wir auch einfach mal die einzelnen Tür zu benutzen. Scheint keiner zu Hause zu sein. Doppeltür. Führt diese Tür an den selben Ort wie die andere Tür? Wie viele Leute könnten gleichzeitig hier rein wollen? Scheint ganz schön unnötig. Ja, so was gibt's aber wirklich manchmal. Ähm, da geht eine meistens in den Flur und eine ist so eine Einfahrt, wo Autos reinkommen. Ähm, so. Oh. Es ist hier. Aber wie erwartet hat der Pub zu. Aber auf Freitag gibt's Barbecue Pulled Pork steht hier noch. Ähm, wir können das Menü angucken. Klingt lecker. Welcher Tag ist heute eigentlich? Okay, und wir können auch reingucken. Es ist dunkel. Einige Tische und Stühle scheinen so umgeräumt zu sein, wie die Regierung es halt angewiesen hat. 15 Meter zwischen jedem ach, finde ich 15 anderthalb Meter zwischen jedem Tisch. Ähm, während des Lockdowns warum willst du nicht dein Essen online bestellen und es dann hier abholen? Oh, also haben sie Lieferservice, auf wo sie geschlossen sind? Interessant. Heißt das, da arbeitet jetzt gerade jemand drin? Oh, und wir haben die Nummer gekriegt vom Alabama Pub. Wollen wir direkt mal anrufen? Ich könnte heute Abend hier Dinner bestellen. Ah, okay, aber jetzt gerade will sie nicht. Na gut. Hm. Dann hat ja wahrscheinlich hier in der Hintergasse die Katze im Müll gewöhnt, ne? Ich gucke nochmal kurz, ob wir noch weitergucken. Ah, wir können auch den Späti angucken. Oh, ich bin so durstig, aber der Späti hat zu. Und wir können auch noch weiter, die Bridge Street, aber dann gehen wir erstmal hier in die Gasse. Oh, da ist eine Katze. Ist das J-Cat? Ah nein, das ist nur eine Backstreet-Cat. Und wir könnten versuchen, die Hintertür zu benutzen. Und wir können den Müll angucken. Oh Mann, das ist so durcheinander und eklig. Irgendwer sollte kommen und hier aufräumen. Vielleicht sollte ich online darüber reden oder so. Leute müssen das wissen. Oh, wir haben ein Foto davon gemacht. Okay. Und wir können die, ja, die Gassenkatze angucken quasi. Oh, bist du das J-Cat? Oh, nein. Bist du nicht. Ach so. Sorry, ich dachte, du wärst meine Katze. Tut mir leid. Aber ich frage mich, hast du eine Katze gesehen, die so aussieht? Tja, vielleicht, vielleicht. Bitte hilf mir. Ich kann dich mit Essen zurückzahlen. Du siehst hungrig aus. Ich hoffe, du... Ich hab am Anfang übrigens gar nicht gecheckt, dass die Katze mit uns redet. Sorry. ähm, also ich, ich hoffe, du verhungerst nicht, du arme Katze. Ich brauch... Achso, wenn du, wenn du einen Unterschlupf brauchst, kann ich dein Foto online posten. Vielleicht wird irgendwer dich adaptieren. Oder vielleicht könntest du bei mir bleiben, bis wir jemanden finden. Ähm, aber ich hoffe, du entscheidest das nicht gleich für dich? Mann, ich... Oder... Miau. Ich möchte gerne frei sein und durch die Straßen rennen. Aber es wäre hilfreich, wenn du Miau etwas zu essen holen könntest. Okay, sollen wir ihr jetzt das Essen geben, was wir mitgebracht haben? Ah, die Sache ist die. Ich möchte gerne den Cocktail-Shrimp aus dem Alabama-Pup essen. Deshalb hab ich auch durch ihren Müll gesucht. Oh, okay, du hast Standards, aber der Pub ist zu. Sie haben vielleicht kein Cocktail-Shrimp übrig im Müll. Ähm, du solltest einen Kompromiss machen, wenn du verhungerst. Nein, ich möchte den Cocktail-Shrimp vom Alabama-Pup. Wenn du mir hilfst, einen Cocktail-Shrimp vom Alabama-Pup zu besorgen, dann erzähl ich dir auch, wo deine Katze abgeblieben ist. Hm, ich schätze, ich muss in die Küche schleichen. Echt? Können wir nicht? Ich meine, wir haben doch gerade den Lieferservice, die Nummer gespeichert. Können wir nicht da anrufen? Okay, können wir nicht. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir hier durch die Hintertür kommen. Es ist verschlossen. So, dann musste ich kurz einen kleinen Cut machen, aber keine Sorge, ich bin schon wieder da. Ähm, ja, was machen wir jetzt hier? Wir haben das Foto von dem Müll gemacht. Und sie will, dass jemand es sieht, aber sie will nicht den Laden anrufen. Hm. Aha, oh, vielleicht hier. Moment, man kann es teilen. Oh, mit dem Pub, mit der Polizei oder mit einem Freund. Mit der Polizei? Wegen Müll? Ich will das nicht der Polizei senden. Ich will keine Probleme kriegen. Okay, dann wahrscheinlich den Pub einfach. Du hast das Foto der Hintergasse und dem Müll zum Alabama Pub geschickt. Okay, wir warten. Ah, du hast eine Antwort vom Alabama Pub gekriegt. Danke, dass du uns das wissen lässt. Wir werden kommen und es aufräumen, so schnell wie möglich. Ah, okay, ich verstehe. Ah, oh, und ein Hund. Der Alabama Pub Typ. Ich werde seine Aufmerksamkeit besser nicht auf mich lenken. Da hat sie recht. Und Danny? Ja, da sagt sie nichts zu. Okay, dann gehen wir mal hinein. Brechen ein, ganz unauffällig. Wir können in den Kühlschrank gucken. Oh, da ist das Cocktail-Shrimp-Pack hier. Du hast einen Cocktail-Shrimp erhalten. Sehr gut, aber ich will mir den Rest auch noch angucken. Verdammt, hier können wir die Küchen, das Geschirr angucken. Wow, eine professionelle Küche, so viele Werkzeuge. Ich habe noch nie in einer Küche gearbeitet, aber es scheint ein ganz schön schwitziger Job zu sein, oder ein anstrengender Job. Und hier ist eine Topf-Suppe. Sieht lecker aus, riecht gut. Ich bestelle vielleicht heute Abend was. Okay, ja. Ist auch nett, nachdem du eingebrochen bist, dann wenigstens was zu bestellen. Können wir hier auch weitergehen? Ah, sie ist versperrt. Okay, können wir nicht weitergehen. Dann gehen wir mal schnell zurück, bevor uns jemand bemerkt. Und er hat sie sauber gemacht. Aber sehr cool von denen, dass sie direkt sagen, ja, das machen sie. Puh, das perfekte Verbrechen. Okay, dann können wir den Cocktail-Shrimp ja jetzt der Katze geben. So, hier ist dein Cocktail-Shrimp. Oh yeah, danke, Miau. Oh, das ist viel zu lecker. Miau. Also, die Katze, die du mir gezeigt hast. Ich glaube, ich habe ihn am Volkspark gesehen, vor ein paar Tagen, am Vollmond. und er hatte ein langes Kinn und tote Augen. Ich glaube nicht, dass ich ihn verwechseln würde. Wow, das klingt absolut nach J-Cat. Wirklich, das klingt nach J-Cat? Aber okay. Gut, dann müssen wir jetzt zum Volkspark. Dann können wir jetzt wahrscheinlich weitergehen, denke ich, oder? Sie weiß ja jetzt, wo wir hinwollen. Zur Bridge Street. Ah ja, das Café, die Brücke. Können wir uns angucken. Das Café, wo ich früher hingegangen bin, vor dem Lockdown. Leider ist es nicht offen. Okay. Ich frage mich, ob das hier alles echte Orte in Berlin sind. Ich weiß halt nicht. Hier ist der Kanal. Es fühlt sich friedlich an, einfach so auf den Kanal zu schauen. All die Schwäne und Enten schwimmen rum im Wasser. Vielleicht würden sie es bevorzugen, wenn die Stadt für immer im Lockdown wäre. Puh. Okay. Alles klar. Also ich frage mich, ob das alles wirklich so aussieht. Ich war zwar schon in Berlin, aber da bin ich mir nicht sicher. So genau kenne ich die Gegend dann nicht. Oh, ich habe den Volkspark endlich erreicht. Okay. Können wir hier noch irgendwas angucken? Nein. Aber der Park ist geschlossen. die Notiz lesen. Wegen Virusvorkehrungen wird dieser Park geschlossen sein bis auf weiteres. Bitte gehen Sie zur Website der Regierung für Updates. Ja, entschuldigen Sie die Umstände. Das Volksparkmanagement. Oh, ich kann nicht in den Park. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hineinzukommen. Okay, okay, ganz schön illegale Sachen machen wir hier. Was ist das denn? Erst der Einbruch, Diebstahl. Jetzt brechen wir auch noch in den Park ein. Also wirklich. Aha, die Kirche könnte einen Seitenausgang haben. Wir können sie erstmal angucken. Die Kirche an einer Ecke des Parks. Normalerweise gehe ich hinein. Das Gebäude ist nett, aber es ist nicht wirklich meine Szene. Okay, können wir hier noch weiter gucken? Nein. Okay, dann gehen wir mal hinein. Bestimmt noch einen Seitenausgang in. Ah, oh, benutze die bemalte Tür. Erstmal will ich mich hier umgucken. Hier ist eine Omi. Hallo, tut mir leid, sie zu stören, aber ich habe mich gefragt, das Ende der Welt kommt. Wir sollten alle uns Gott unterwerfen. Ja, das ist ganz schön schnell eskaliert oder das eskaliert quickly. Entschuldigen Sie mich, Miss, ich habe eine Frage wegen meiner Kar... Warum haben die Leute aufgehört zu glauben? Sie werden bestraft werden, dass... Oh Gott, wie heißt es auf Deutsch? Final Judgment? Das letzte Gericht ist nah. Was zum Flip? Sie singen den Song der Bläschen. Sie fangen die Seelen der Toten, aber nun sind sie... Wollen sie die Seelen der Lebenden? Wow, wow, okay, beruhigen Sie sich, Lady. Ich schätze, so kann ich keine Unterhaltung mit ihr führen. Ja, die Lady ist tatsächlich sehr, ähm, sehr überzeugt von, dass das das Ende ist. Glaube ich nicht. So, hier ist ein Jesus-Gemälde. Können wir uns angucken. Ein Öl-Pin, äh, ein Öl-Gemälde von Jesus. Das ist ganz schön klassisch, oder? Ja, würde ich auch denken. In Kirchen vor allem. So, hier ist eine Katze. Ob die uns wieder weiterhilft? Die Kirchenkatze. Hallo, Katzchen. Okay, sie schläft. Hm, die scheint ziemlich tief zu schlafen. Oh, vielleicht müssen wir sie wecken. Oh, wir können auf dem Piano spielen. Oh nein, die arme Kirchenkatze. Ähm, hier ist der Altar. Da ist eine Bibel, aber ich glaube nicht an den Kram, also, schätze ich, ist auch nicht schlimm, wenn ich sie mitnehme. Was? Wirklich? Ja, also, ich meine, nicht dran glauben ist ja okay, aber einfach die Bibel klauen ist schon ein bisschen gemein. So, hier ist das Glasfenster. Ähm, es zeigt die Geburt von Jesus. Sieht interessant aus, aber soll das ein Lamm sein? Es sieht aus, wie eine kleine Katze. Hm, das ist wohl Mittelalterkunst. das Symbol auf dem Kopf des Heiligen sieht aus wie das Monogramm auf der kleinen Karte, die ich gefunden habe. Ach, echt? Dann mach mal ein Foto. Ich sehe es gar nicht. Ähm, okay, ne, macht sie nicht. Vielleicht, wenn ich das Handy angucke. ne, okay. Ähm, dann wohl nicht, außer, ne, okay. Ähm, geht echt nicht. Dann versuchen wir mal auf dem Piano zu spielen. Ich hoffe, die Katze ist da nicht sauer auf uns. Oh, sie schläft aggressiver. Okay, okay, dann spiele ich es halt nicht. Okay, alles klar. Ähm, hier die Tür für Mitarbeiter. Die Tür ist versperrt. Okay, dann gehen wir mal zurück zu der gemalten Tür. Die gab es ja auch noch. Ich wollte mich nur erst mal umsehen. Nicht in der Bank gefangen werden. So, oh, die Lady ist weg. Ah, nein, da ist sie. Ich dachte schon. Okay, dann gucken wir uns mal diese Tür an. Oh, die ist ganz schön klein. Oh, eine winzige Tür. Da ist ein Fresco drauf gemalt. Ein Nachthimmel. Oh, da ist ein Tassenfeld. Hm, scheint, als wäre der Raum für vier Zahlen. Oh, ähm, ich kann irgendwas eingeben, aber das bringt dir nichts. Und das ist falsch. Damit habe ich schon gerechnet. Hm, das könnte ja vielleicht dieses Fresco sein, was da war. Ähm, vielleicht merkt sie sich die Zahlen wiederzu. Wir wissen, dass wir welche brauchen. Oder sie wird doch die Katze wecken. Mal jetzt hier nochmal angucken. Ja, da gibt es nichts mehr, was wir ähm, angucken könnten. Ähm, ansonsten kann ich die Bibel mir mal näher ansehen. Eine Bibel. Äh, eine Bibel. Ich glaube aber nicht an Gott. Okay. Dann gucken wir nochmal hier, ob sie jetzt was anderes sagt. Ähm, genau. Da ist das Monogramm. Wie auf der kleinen Karte. Kann ich die Karte nochmal sehen? Hm. Ähm, vielleicht doch nochmal mit der Katze reden? Hallo, Kätzchen? Ne, die schläft immer noch. Und vielleicht doch spielen? Nein, sie schläft. Okay. Kann wir vielleicht, ähm, hm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, Moment, ich gucke nochmal die Karte an. Ähm, genau, meine Katze ist verschwunden. Achso, okay, im Moment gibt's keine weiteren Notizen. Ähm, das ist das Foto der kleinen Karte, die sie gefunden hat. Ja, aber da ist ja nicht, also da sind ja keine Zahlen oder so. Oben, ah, vielleicht, ah, Moment, vielleicht ist das oben, unten, links, rechts, vielleicht ist das das Tastenfeld, vielleicht müssen da gar keine Zahlen rein. Moment, das probier ich mal. Oben, unten, links, rechts. Das kann ich mir merken. Dann gucken wir mal. Die kleine gemalte Tür. Ach, Wegführungsschwierigkeiten. So, jetzt. Ah, eine kleine Tür, genau. Vier Zahlen. Oben, unten, links, rechts. Okay, nee, das klappt nicht. Oben, unten, nee. Ich kann Zahlen eingeben, ähm, aber was wäre oben, unten, links, rechts für eine Zahl? Das ergibt ja keinen Sinn. Und, falsch. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Hm, aber was machen wir denn dann? Vielleicht können wir die Katze für unser Spielzeug beeindrucken. Das würde ich mal probieren. Hey Katze, magst du vielleicht mit der Maus spielen? Ja, Party time! Okay. Oh, hallo. Hallo, kenne ich dich? Nein, aber ich muss dich was fragen. Äh, was denn? Hast du diese Katze vor kurzem gesehen? Oh, interessant. Was ist interessant? Hast du ihn gesehen? Ui, aber ich bin, es ist mir nicht erlaubt, irgendwas zu sagen. Meine Lippen sind versiegelt. Du hast nicht mal Lippen. Kann ich jetzt, da kann ich jetzt wenigstens das Piano erreichen, falls ich jemals das Bedürfnis habe zu spielen. Okay, dann spielen wir mal. Warum nicht? Nein, spiel es nicht. Es ist so laut. Okay, okay, dann nicht. Hm, der Stuhl hat ein, ein Schloss. Ich frage mich, ob ich ihn öffnen kann. Hm, aber es ist verschlossen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Was mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist, da ist ein Strich tatsächlich. Warte mal, da gucken wir jetzt nochmal. Hier, dieser Strich, ist das irgendwas? Okay, anscheinend nicht. Ich dachte, vielleicht wäre das ein kleiner Schlüssel. Aber dann halt nicht. Dann gucke ich nochmal, ob ich hier irgendwas anderes sehe. Irgendwo ein Schlüssel aufgetaucht ist. Dem scheint aber nicht so zu sein. Hm, kann ich die Katze fragen, wo der Schlüssel ist? Ah, Moment. So. Meine Lippen sind verschlossen. Okay. Hm, soll ich da nochmal im Altar gucken? Nee, da gibt es nichts weiter. Hm. Mal hier ganz zur Seite, ob da noch irgendwas kommt, aber da kommt auch nichts mehr. Tja. Spielen können wir nicht. Vielleicht ist ein Schlüssel irgendwo. Ich weiß nicht. Ups. Wir sind ein bisschen in der Säule. Ähm. Hm. Wir haben, achso, vielleicht in der Bibel. Können wir mal gucken, ob mit der Bibel vielleicht? Nope. Vielleicht ist die ausgehöhlt. Das wäre sehr cool. Ähm, hier. Hm. Na gut. Dann nicht. vielleicht hinter dem Gemälde. Nee, da sagt sie auch nichts zu. Ähm. Tja. Und sicher, dass dieser Strich nichts ist? Hier, das mit den Bänken ist echt schwer. Die Laufschwierigkeiten. Dann würde ich sagen, reden wir nochmal mit der Lady. Die muss ja irgendwas wissen. Ähm. So. Äh, genau. Okay, nee, so können wir keine... Achso, vielleicht sollen wir ihr die Bibel geben. Hier, Granny. Isaiah 22, 22. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Und dann werde ich den Schlüssel des Hauses auf Davids Schulter legen. Wenn er es öffnet, wird keiner schließen. Und wenn er sie schließt, wird keiner sie öffnen. Hä? Oh, da ist ein Schlüssel auf dieser Seite der Bibel. Woher wusste sie das? Ähm, okay, da war ein Schlüssel versteckt auf der Seite, wo Isaiah Isaiah 2222 ist. Ich sag doch, guck da mal rein. Na gut. Dann können wir ja jetzt den Stuhl wahrscheinlich aufschließen. Das probieren wir mal. So, wir laufen vorsichtig um die Bänke drumrum. Und schließen hier mal. Wie nicht? Mit dem Stuhl vielleicht? Aber wir können den Stuhl direkt nicht anklicken. dann vielleicht mit der Tür? Ist das einfach auch die Tür? Ah ja, okay, cool. Oho. Aber ich glaube, ich kenne diesen Song. Ich frage mich, ob ein Priester oder andere Angestellte der Kirche hier sind. Pfarramt ist da auf jeden Fall. Gehen wir mal gucken. Wir können aus dem Fenster schauen. Von hier kann man die Rückseite der Kirche sehen. Ein Friedhof und ein Garten. Okay, hier ist ein Gemälde. Ein Landschaftsölgemälde. Ja, ein Ölgemälde einer Landschaft. Nicht schlecht, aber nicht meine Art Gemälde. Würde ich mir nicht aufhängen. Okay, das macht ja nichts. Können wir hier mal schauen. Von hier aus kann man die Rückseite der Kirche sehen. da sagt sie dasselbe. Okay. Und hier ist das Pfarramt. Na dann gehen wir mal rein. Von hier kommt der Song. Oh! Hallo, Priester. Priester, geht's dir gut? Lass mich mal nachsehen. Oh nein! Er hat keinen Puls, er fühlt sich kalt an und er sieht blass aus. Ich glaube, er könnte tot sein. Ich sollte die Polizei anrufen. Ja, auf jeden Fall. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir jetzt irgendwie eine Leiche finden. Ich rufe die Polizei an. 110. Du, du, du. Ach, hier ist kein verdammtes Signal. Oh, fuck. Oh, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich sollte vielleicht nicht mal die Polizei anrufen mit meinem Telefon. Das könnte meine Suche nach Jackhead aufhalten. PS, der Spieleentwickler unterstützt dieses Verhalten nicht. Er wollte gerade sagen, entschuldige mal bitte die Leiche erstmal ignorieren, um nicht die Polizei zu rufen. Wir müssen eben dieses Telefon. Jesus liebt dich. Ähm, da ist kein Kabel in diesem Telefon eingesteckt. Ich frage mich, wo das Telefonkabel ist. Ich muss es finden, um die Polizei anruf zu rufen. Boah, okay. Wir machen einfach das Radio aus. Das ist der Song von dem Radio. Soll ich ihn ausmachen? Ja, bitte. So, okay. Ähm, jetzt gucken wir mal den Schreibtisch an. Vielleicht sehen wir da das Kabel. Ähm, der Schreibtisch des Priesters. Das ist ein halb ausgetrunkener Kaffee, ein paar Dokumente und Akten. Oh, und ein Festnetztelefon. Ja, aber das können wir irgendwie nicht benutzen. Ähm, können wir den Kalender angucken. Dann gucken wir uns erstmal in Ruhe um. Ein Kalender ist für diesen Monat geöffnet. Er zeigt die Mondphasen. Äh, okay. Das sieht aus, als wäre es irgendwie für ein Rätsel wichtig, aber ich weiß noch nicht, wie, in welcher Form. Ähm, okay, wir können, wir können die Pinnwand angucken. Äh, da sind ein paar religiöse Figuren auf Fotos an der Wand. ein paar Notizen, ja, Kalender für den Tag, Arbeitszeug und sowas. Okay, hier die Schrift. Da ist eine eingerahmte Schrift, die sagt, Jesus liebt dich. Danke, Jesus. Okay. Und das Kreuz? Ein ganz normales Kreuz. Dann den Typen rechts. Das ist eine religiöse Figur. Er trägt weiß, ähm, ja, ganz im Kontrast zu der Person links. Erinnert mich an den guten und den bösen Zauberer aus Herr der Ringe. Ich frag mich, wer in einem Kampf gewinnen würde. Okay, dann gucken wir das mal an. Äh, eine religiöse Figur, von der ich keine Ahnung habe. Er sieht bekannt aus, also vielleicht ist er berühmt. Okay, vielleicht ist er auch der Tote, der hier liegt, aber macht ihr da keine Sorgen. Wir, ähm, gucken uns ja erstmal ganz in Ruhe um, öffnen mal die Akten. Da scheint nichts sonstiges drin zu sein. Oh, warte, da ist ein kleiner Schlüssel zwischen diesen Akten. Ah, okay, der ist bestimmt für das, für das Piano. Ähm, rotes Buch. Oh, ähm, das Seelenstähler-Ritual. Ähm, sobald sie gefüttert sind, werden sie verschwinden. Sie tun so, als wären sie jemand, den du liebst und locken dich an. Das größte Opfer, das sie dir dafür geben könnten, ist ein, ist, oder, das, das größte Opfer, das sie geben könnten für ihre Beförderung, ist, ähm, jemand, der bereit ist, sich selbst zu opfern. Das schließt die Seelen in den Körper ein. Ups. Ähm, okay, ich, ihr habt die Schrift gelesen, das war schwer zu übersetzen. Das ist lächerlich, wer würde denken, dass das real ist? Ich glaube, die Leute sind zu gelangweilt und deswegen müssen sie irgendwas sich ausdenken, um, ja, da drin sich ausleben zu können. Aber wie auch immer, ich habe keine Zeit dafür. ich muss nach meiner Katze suchen und ihn nach Hause bringen, so schnell wie möglich. Und ich sollte den Tod des Priesters, ähm, ja, ähm, halt, verkünden oder, ähm, ja, benachrichtigen, sobald ich Signal habe. Oh, es ist ein schrecklicher Tag. Ja, furchtbar, oder? Tote Leute finden, ruiniert einem voll den Tag. Ein dämonischer Kult. Bei jedem vollen Mond, ähm, versammeln sie sich, um zu beten. Die, äh, die, die anbetenden opfern dem Dämon ein Leben im Austausch gegen ewiges Leben. Du kannst sie besiegen, wenn du einen starken Glauben hast. Der Pfad zu dem, zu dem Mal ist ein vollen Mond. Ah, okay, vielleicht müssen wir gucken, wann Vollmond ist. Ähm, am siebten. Das war's. Ich dachte, da kommen jetzt vielleicht so vier Zahlen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es scheint nur am siebten Vollmond zu sein. Hm. Okay, schade. Na gut. Ähm, merken wir uns das trotzdem. Äh, dann ist hier ein Bücherregal. Das ist eine Statue. Sie sieht nett aus. Okay, und das andere Bücherregal? Viele Bücher, viele über Religion natürlich. Da sind ein paar Bibeln, ein paar historische Texte, ein paar, äh, Bücher mit Kunst. Okay. Also nichts weiter Ungewöhnliches. Ähm, ah, hier stand noch, sie verschließen die Seelen in Körper, Seelen der Toten oder der Lebenden. Okay. Ähm, hm. Na gut. Dann versuchen wir erstmal den Stuhl zu öffnen. Vielleicht ist da ja ein Kabel drinnen. Warum nicht? Ähm, sollten wir vielleicht der Lady Bescheid sagen, dass der Priester tot ist? Vielleicht wird die jemanden anrufen? Oder, na, wir reparieren erstmal das Festnetz. Ist ja kein Problem. Jetzt hat er ja Zeit. So, dann öffnen wir mal hier den Sitz. Ah, da ist das Kabel für das Festnetz-Telefon drin. Aber, wer würde das Festnetz-Telefonkabel in einem Piano und einem Klavierstuhl einschließen? Das ist echt lächerlich, lol. Okay, wir haben das Kabel gekriegt. Dann gehen wir jetzt mal zurück. So. Und dann können wir Hilfe rufen. Finde ich echt, finde ich aber echt nicht gut. Also ich meine, sie haben extra hingeschrieben, dass sie das nicht unterstützen. Aber, jetzt hier so erstmal so ein Rätsel lösen und so. Ich, kann ich glauben, dass sie nicht sofort hin verrufen. Oh, was ist hier? Oh, da ist wohl ein kleiner Fehler. Macht nichts. Wir benutzen das Kabel mit dem Telefon. Also. Okay, jetzt funktioniert das. Hallo, hier ist das, ja, hier ist die Polizei. Hallo, ich rufe von der Kirche im Volkspark an. Der Priest wurde ermordet. Bitte schicken Sie Hilfe. Okay, Miss, erstmal, was ist Ihr Name? Oh, ähm, tja, ich, bitte kommen Sie schnell. Ich, ich habe Panik. Tschüss. und so legst du auf, so wie jeder andere, gut und verantwortungsvoller Bürger. Oh, tut mir leid, dass ich nicht mehr hilfreich sein konnte, aber ich muss J-Cat finden. Ja, rest in peace, Priester. Also wirklich, so unverantwortlich. Können wir den nochmal angucken? Oh, da ist ein, ein Kreuz an einer Kette. Ich glaube, das gehörte dem Priester. Sollte ich es mitnehmen? Ja, für den Fall, oder nein? Ich glaube nicht an den Kram. Doch, für den Fall. Okay, jetzt haben wir eine Kreuzkette. Ähm, vielleicht, die brauchen wir bestimmt für irgendwas, oder? Ähm, okay. Müssen wir hier nochmal gucken, wie das Zahlenschloss ist. Voller Mond, der fahrt durch, zu dem Fest ist durch den Vollmond. Heißt das, es ist einfach irgendwie vier, fünf, sechs, sieben? Weil es ist nur am siebten Vollmond, oder? Oder muss ich mir überlegen, wann der nächste wäre? Der wäre ja dann am siebten, dann hätten wir hier erster, zweiter, dritter, am vierten wäre dann wieder, dann wäre es sieben, vier, ähm, und dann wäre ja wieder erst einen Monat später. Boah, das ist aber, ähm, hm, sieben, vier, dann müsste es ja nächstes Mal am ersten sein, glaube ich. oder ist es einfach nur vier, fünf, sechs, sieben? So. Sagt sie zu dir noch irgendwas? Moment, gucken wir mal. Eine, ja, eine Kette, die ich aus der Hand des toten Priesters genommen habe, nur für den Fall, ähm, ja, Ruhe und Frieden, Priester, es tut mir leid. Hm, ich weiß nicht, was wir dann jetzt machen sollen. Irgendwie ist Vollmond wichtig, aber das ist nur die sieben, oder es ist einfach viermal die sieben. Das wäre aber ganz schön, mhm, also, nicht sehr sicher zumindest. Wir wollen mal gucken. Oh, die Katze ist fort. Kommt jetzt auch die Polizei, müssen wir vielleicht einfach abhauen? Die Katze ist weg, aber die Oma ist noch da. Dann gucken wir mal. Ach, wieder ein bisschen Hilfe. So, hier. Ein Nachthimmel, ja, sieben, sieben, sieben. Und, falsch. Okay, nochmal. Ähm, vielleicht vier, fünf, sechs, sieben. und falsch. Hm. Aber da ist ja auch die Nacht drauf, also es macht schon Sinn, dass es mit dem Vollmond zu tun hat. Sieben, vier, dann wäre als nächstes am zweiten, glaube ich, und dann wäre danach, Moment, alle 30 Tage, ne, danach müsste wieder ein 31-Tage-Monat kommen. das heißt, dann wäre es der Erste, oder? Und, falsch. Hm. Okay, mache ich einen kurzen Cut, wo ich nachgucke, wann Vollmonde sind. Einen Moment, bitte. Ah, oh mein Gott, okay, hier bin ich wieder. Ich habe viele, viele Monde nachgeguckt, ähm, ja, es ist, okay, es stellt sich raus, am Ende, es war 0705, ähm, habt ihr gesehen, einfach das Datum an dem Vollmond war mit Monate, hätte ich aber auch drauf kommen können, ey, bin auch doof. Na gut, ähm, aber es hat funktioniert, wir können weitermachen. Hä, was ist das für ein Ort? Oh, okay, wir gehen mal die Treppe runter, ja. Okay, hier scheint ja nichts weiter zu sein sonst, die Lampen können wir nicht angucken, dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, eine neue Minitür. Oh, die hat dieses Zeichen drauf, was, oh, verdammt, diese Tür ist versperrt. Ach, warum wollen alle, dass ich nicht an Orte komme? Da sind diese, diese Bubbles drauf, die hier auch drauf sind. Moment, dann gucken wir nochmal diese Karte an. Ähm, nicht, dass ich jetzt doch diesen Code lösen muss. Moment, können wir da nochmal gucken? Nee. Können wir nochmal, irgendwie geht es vielleicht bei der Treppe noch in die andere Richtung? Das können wir noch kurz kontrollieren. Hier an der Treppe vorbei, vielleicht? Nee, okay, geht es nicht. Wir können nur die Treppe nach oben und hier ist auch nichts weiter und wir können wieder zurück in die Kirche, aber das bringt ja nichts. Wir gehen zurück an den Fragezeichen Ort. Okay, dann muss ich mal gucken. Ich glaube, ich kenne diesen Code, den sie, den sie auf diesen Karten benutzen. Ähm, genau. Also, der Code funktioniert so, dass man, Moment, wir gucken nochmal ins Handy. Ähm, okay, bei den Notizen sagt sie nichts darüber. Also, man malt zuerst so ein Tic-Tac-Toe-Kreuz und nummeriert dann durch A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dann malt man nochmal so ein Kreuz mit Punkten jeweils drin. Huch, wollte ich jetzt nicht klicken. Ähm, genau, mit Punkten drin. Das sind dann die nächsten neun Buchstaben. Und dann malt man noch so ein X, wo es dann wieder weitergeht und dann noch so ein X mit Punkten, wo es dann auch wieder weitergeht. Sprich, das müsste, wenn ich mir so überlege, A, B, C, D, das müsste ein D sein. Dann hätten wir A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Das heißt, Do wäre das nächste. Aber Moment mal. Ähm, die Tür ist ja überhaupt nicht, wir haben gar keinen, wir haben gar keinen, gar keinen, gar keinen, Schlüsselloch oder dergleichen. Also wir kriegen kein, kein Keypad. Das heißt, das zu übersetzen bringt ja jetzt gar nichts. Moment. Da muss ich aber doch nochmal zurückgucken. Dann muss ja hier noch irgendwo irgendwas sein. Oder haben wir noch, ne, wir haben keinen Schlüssel mehr, wir haben das Kreuz, aber das würde ja nichts bringen. Und wir haben schon die Polizei gerufen. Vielleicht ist jetzt einfach, wenn wir rausgehen, der Polizei. Können wir mal gucken. Hm, die Katze ist weg. Ah, dann könnten wir ja jetzt Piano spielen, oder? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, J-Cat, wo bist du, mein Kätzchen? Keine Zeit fürs Klavier spielen. Ich muss J-Cat finden. Oh, okay. Ist ja ja nichts gebracht. Ähm, hm. Dann gucke ich mal raus. Vielleicht ist ja jetzt Polizei da. Die sollten ja kommen. Obwohl, die lassen uns dann wahrscheinlich nicht wieder rein. Aber wir müssen wenigstens mal schauen. Raus auf die Straße. Und. Keine Polizei. Kein nichts. Ob wir nochmal zurückgehen sollen und beim Bett gucken, wo wir die Karte gefunden haben. Oder soll ich das doch übersetzen? Ähm, okay, Moment. Dann brauche ich mal einen Stift und ein Papier. Und dann probiere ich mal ganz kurz, mir das aufzumalen. Und dann müsste ich schnell vorlesen können. So A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dann haben wir das nächste Eck. mit J, K, L, M, N, P, Q, R. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das mit den, wie man das mit den Xen macht. Ähm, R, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z mit den Punkten. Ähm, So, dann steht da. Ähm, Du, W, Okay, das macht schon jetzt keinen Sinn. Ähm, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Du, U, würde ja mehr Sinn ergeben. Also, D, O, dann kommt W, Ah, vielleicht Down. Okay, Down, dann R, dann Rieg, also R, I, G, H, X, Rix. Was soll das werden? Und dann am Ende hätten wir, ähm, L, E, Lev, Left, ähm, Up. Ah, Down, Right, Left, Up steht da dann, glaube ich. Down, Right, Left, Up. Und hier stand ja auch Down, ne, hier stand Up, Down, Left, Right. Okay, wir haben, Moment, das mache ich mir auch kurz auf. Down, äh, Left, Up stand auf der, auf der Karte, wenn ich diesen Code benutze. Ähm, und dann steht hier, Moment, das gucke ich jetzt auch nochmal, ähm, Up, okay, Up, dann steht hier wahrscheinlich Up, Down, Left, Right. Moment, Up, Down, ja, passt. Äh, Moment, ja, L, E, F, T, ja, Left, Right. Okay, da steht Up, Down, Left, Right. Und hier steht, ah, dann hätte man wahrscheinlich die auch zuordnen können, dann ist, wenn das hier Up ist, also das sieht man ja dann, ist dasselbe wie hier am Ende. Down, Right, Left, Left, Up. Aber was soll mir das sagen? Huh. Kann man jetzt hier die Polizei rufen eigentlich? Ähm, nein, können wir nicht. Können wir den Volkspark angucken? J-Cat! Ich komme! Okay. Ähm, hm. Down, Right, Left, Up. Was passiert, wenn ich drücke? Down, Right, Left, Up. Nichts. Hm. Dann brauchen wir eigentlich einen Schlüssel für die Tür, oder? Weil da war ja jetzt nix. Da war ja jetzt nix. Also, kein, gib irgendwas ein, kein, drück irgendwas. Ich probiere nochmal hier unten. Ach, oder muss ich das hier gehen? Moment. Ich gehe nochmal hoch. Down, dann Right, dann Left, und dann Up. Okay, das hat nichts gebracht. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, das bringt was. Ähm, hm. Dann probiere ich das nochmal an der Tür zu drücken. Down, Right, Left, Up. Ne, nichts. Können wir die Karte einfach damit benutzen? Das tut nichts. Ja, das dachte ich mir, aber was soll ich denn dann machen? Hm. Vielleicht brauchen wir diesen Charm? Nope. Vielleicht, wenn wir das Katzenfoto davor stellen, vielleicht riecht sie das? Nein. Das Kreuz? Oh, das Kreuz. Seltsam. Hä? Okay. Wir gehen weiter in den Fragezeichenort. Oh, also das ist die andere Seite des Parks, richtig? Oh, und das Buffet. Für wen? Ähm, okay. Scheint viel größer, wenn keiner in der Nähe ist. Okay. Dann gehe ich mal zum Buffet. Wozu sie nichts sagt, da doch hier das Fiest angucken. Also das Mal. Scheint, als wäre hier eine Party gewesen. Aber das Essen ist noch unberührt. Oh, es sieht super lecker aus. Ich bin jetzt ein bisschen hungrig. Möchtest du was essen? Nee, erst mal nicht. Hm, ich, ja, ich denke, ich bin gut. Ich möchte ja noch später vom Alabama Pub was bestellen und das lokale Business unterstützen. Ja, das ist gut von dir. So, dann die Laternen angucken. Das ist eine nette Dekoration für die Party. Okay, können wir hier dran vorbei? Können wir hier weiter? Können wir? hier. Dann gehen wir mal hier nach hinten. Mal schauen. Hier können wir nichts angucken. Aber hier raschelte es ja. in den raschelnden Büschen können wir nachsehen. Warte, ich gucke einmal, was passiert, wenn man dort vorbeigeht. Ah, okay, hier kommt dann einfach nichts mehr. Okay, dann gucken wir uns mal die raschelnden Büsche an. Diese Büsche scheinen ein bisschen locker. Ich kann ein bisschen sehen, was auf der anderen Seite ist. Ja, Rende. Oh, oh Gott. Ein Labyrinth? Na, großartig. Also, welchen Weg soll ich jetzt gehen? Aha, ich weiß genau, welchen Weg. Erst nach unten, dann nach rechts, dann nach links und dann nach oben. Und nach oben. So. Und jetzt müssten wir da sein. Oh, sie geht auch automatisch. Okay. Puh, das scheint der Ausgang zu sein. Cool. Ja, mal gucken, ob wir jetzt J-Cat finden. Und sollte man dann wirklich einfach allein diese Karte übersetzen? Anscheinend. Gucken mal. Ach, vielleicht sind das auch die Enten. Huch. Ähm, hallo? Satanischer Katzenkult. Ähm, das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich sollte sie erst mal von hier aus beobachten. Vermummte Katze A. Denkt ihr, dieser Mensch kommt? Vermummte Katze B. Ich habe gehört, die Kirchkatze hat gesagt, dass sie auf ihrem Weg hierher sind. Hehe. Vermummte Katze C. Oh, ich kann die Zeremonie kaum erwarten. Es ist so wichtig für Lord J-Cat. Er wird endlich die rechte Hand zur rechten Hand befördert des Dämonenkönigs. Lord J-Cat? Habe ich das falsch gehört? Der großartige Bubble Wizard J-Cat. Oh, ich habe ihn schon immer bewundert. Jeden vollen Mond seit 13 Jahren. Er hat niemals die Opferung an der Seele verpasst. Ja, oder so eine Hingabe. Oh, er verdient es, so sehr befördert zu werden. Ich bin so froh, dass er in der Lage ist, hier bei der Zeremonie dabei zu sein. Und achso, ich bin so froh, hier dabei sein zu können und zu beobachten, wie die wundervolle Bubble Soul, also Bläschen, Seelen, Fang, Magie funktioniert. Es passiert nur einmal in 13 Jahren, wisst ihr? Oh, es ist so eine Ehre. Oh ja, ich auch. Ich hoffe, wir sehen das Gesicht des Dämonenkönigs. Das ist ein bisschen viel für mich. Ist das hier so eine Art satanischer Kult? Ich kann es einfach nicht aushalten. Und J-Cat ist Teil davon? Um ehrlich zu sein, ich bin nicht sicher, ob ich meinen eigenen Menschen als Opferung darbieten könnte. Ich glaube, ich würde sie vermissen, wenn sie weg wäre. Aber so ein weiches Herz zu haben, bringt dich nirgendwo hin. Wie auch immer. Jedenfalls, das ist der Grund, warum J-Cat so ein großartiger Bubble Wizard ist, ist, dass er dass ähm 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 ach so, dass er seinen Menschen opfert, dafür, dass er eine Weile schlecht behandelt wurde, glaube ich. Ja, absolut. Gezwungen zu werden, ekliges Katzenfutter zu essen, ist ein ist absolut ein Verbrechen. Oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, damit okay zu sein. Was? Also, plant J-Cat mich als Opferung zu bringen, nur weil er mein neues Katzenfutter hasst? Ja, geh mal hin, sag denen, dass das nicht okay ist. Hey, Leute. Uff, es ist der Mensch. Lord J-Cat. Ah, da ist J-Cat. Also, bist du endlich angekommen. Besser spät als nie. J-Cat, oh mein Gott, was tust du hier? Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Du warst seit Tagen weg. Komm jetzt nach Hause mit mir. Heute ist der letzte Kreis der Vollmond-Zeremonie. Nach dieser großartigen Opferung werde ich die rechte Hand des Dämonenkönigs werden. Es tut mir leid, aber du bist die beste Wahl für eine Opferung. All diese Jahre beim Vollmond bist du gekommen, um einen Dämon zu verehren? Ich kann es nicht glauben. Du glaub... Achso, ich glaub nicht mal an diesen Bullshit. Okay. Ähm. Ja. Säge den Dämonenkönig. Miau, miau, miau. Der große Bubble Wizard J-Cat. Bubble Wizard? Diese Bubble Magie ist, ähm, oder beschwört eine Seele oder beschwört einen, einen, oh Gott, einen Körper, um Seelen zu fangen für meine Opferung, jeden Vollmond. Es ist meine Spezialität. Normalerweise fange ich die Seelen von denen, die fast tot sind, aber heute werde ich eine frische, lebende Seele opfern, die mich liebt und, ja, eigenwillig zu mir gekommen ist. Ich bin der großartige Bubble Wizard. Das ist wahnsinnig. Dämonen existieren noch nicht mal. Nun dann werde ich die großartige, die mächtige Bubble von aus dem See meiner Beförderung äh, holen. Oh Gott. Oh nein. Oh fuck, ich muss etwas tun, schnell. Ja, ihm das geile Essen zeigen, oder? J-Cat, J-Cat, bitte, schau, was ich für dich habe. Es, es hat keinen Sinn, diese Bubble blockiert alles. Oh verdammt, nein, was? Ähm, was passiert? Der Himmel. Was passiert hier? Es wird plötzlich dunkel und, ja, Wolken erscheinen. Oh, mir ist kalt, mir geht's, ich fühle mich echt nicht gut bei der Sache. Nein. Unsere Seele wird geopfert. J-Cat, wie konntest du nur? Die Zeremonie war ein Erfolg. Das Ende der Menschenwelt kommt. In diesem Moment sollen wir den Dämonenkönig willkommen heißen. Mia-hahaha. Katzenlachen. Ja, alle ehren den Dämonenkönig. Alle ehren die großartige Bubble J-Cat. Das Ende der Welt. Oh Gott. Ende. Okay. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, es soll ja drei Enten geben. Also es ist noch nicht vorbei. Hoffe ich. Wir können vielleicht die Welt auch retten. Jetzt frage ich mich, ich dachte halt, die drei Enten wären vielleicht die drei Essen, die wir dabei haben. aber das Essen konnten wir ihm ja jetzt gar nicht zeigen. hm, okay, vielleicht, vielleicht hat es damit zu tun, weil ich habe ja jetzt die Karte übersetzt und bin in die Richtung gegangen. Vielleicht hätte man auch das andere nehmen können. Vielleicht hätten wir an einen anderen Ort kommen können. Hm, das weiß ich nicht. das passt ja irgendwie. Ja, aber auf jeden Fall super cool, das Spiel. Also, auf jeden Fall Hammer. die Welt endet. Hättest du das aufhalten können? Vielleicht. Also auf jeden Fall, wow, erstmal Hut ab an die Entwicklerin, Joy Suka. Ähm, Hammer Spiel. Wir können wieder von vorne anfangen direkt. Ähm, ja. Bubble J gut. Alles klar. Ähm, okay, dann würde ich sagen, recherchiere ich mal, wie man auf die drei verschiedenen Enden kommt, was man machen kann. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder mit den anderen Enden. So, da sind wir wieder. Ähm, genau, ich habe wieder bis an die Stelle gespielt. Wir sind angekommen und ich habe gehört, das erste Ende kann man kriegen, indem man unsere Katzen-Charm, ähm, Kette, die wir bekommen haben, auf J-Cat benutzt, in dem einen Moment, wo wir was machen können. So, das heißt, ich klicke hier mal durch den Dialog. Der große Bubble Wizard. Und wenn wir jetzt was machen können, sie muss schnell etwas tun, nehmen wir den Katzen-Fang-Charm und tun ihn über J-Cat. Und mal gucken, was dann passiert. Ah! Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, wer hat dir das gegeben? Äh, das? Das ist scharf. Also, natürlich zerplatzt es die Blase. Ah, wir haben einfach mit den Katzenkrallen die Blase zerplatzt, quasi. Unmöglich. Meine Bubbles sind die stärksten und die härtesten. Nur eine, nur ein hochrangiger Schutzzauber könnte ihn besiegen. Ah, du hast mir keine Wahl gegeben. Oh shit, was passiert jetzt? Oh, wir können, wir können noch was machen. Können wir jetzt mit ihm reden? Hey, hör mir zu. Ah, er hört nicht auf mich. Ich muss etwas anderes. Dann jetzt das Essen. Ähm, hier, J-Cat. Oh! Schau mal, guck mal, was ich dir mitgebracht habe, J-Cat. Es ist dein Lieblings-Katzen-Essen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du das andere, das neue Senior-Cat-Food so wenig magst. Ich bin aber jetzt hier und ich versuche es wieder gut zu machen. Oh! Bitte, J-Cat, es ist nicht zu spät. Ich weiß, ich weiß, dass wir das schaffen können. Hm. Oh! Was passiert jetzt? The end is here, water's receding. Don't they see, my heart is bleeding. The party's over, the lights go out. The only game that's left is down. And over and over we see, the world is ending for you and me, and slowly fading away, the chance to try another day, and all that pain came to nothing. Oh, wow. Oh, das war echt süß. Aber auch echt verrückt. Oh, da sind wir wieder. Ah, wo bin ich? Liege ich auf dem Gras? Ich erinnere mich, dass wir durch die Luft geflogen sind. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Eine winzige, schlafenes Kätzchen. Ist das... Es ist J-Cat. Er ist wieder ein Baby-Kätzchen geworden. Lass uns nach Hause gehen, J-Cat. Ich bin so froh, dass alles vorbei ist. Ich frage mich, ob die Katzen auch den Priester umgebracht haben mal nebenbei. Polizei ist auf jeden Fall inzwischen da. Nach dieser verrückten Zeremonie mit dem Katzenkult bin ich aufgewacht und aus irgendeinem Grund ist J-Cat ein Kätzchen geworden. Also eine Baby-Katze. Oh, und der Lockdown ist vorbei, wie es aussieht. Ich habe nicht viele Fragen gestellt. Alles, was ich dachte, war, dass ich froh war, dass es vorbei war. Ich habe ihn nach Hause gebracht und ich habe mich gut um ihn gekümmert. Es ist ungefähr eine Woche seit dem Tag, dass die Fälle des mysteriösen Virus sind massiv zurückgegangen. Viele andere Länder überall auf der Welt scheinen erfolgreich darin zu sein, die Infektionskurve flacher zu halten. Die Regierung hebt langsam den Lockdown auf. Erst Geschäfte, dann etwas später öffentliche Dienste, Schulen und zuletzt das Sozialleben. Und zuletzt das Sozialleben. mich lieblichen Nachbarn abzuhängen. Selbst diesem mies gelaunten Typen. Hey, ich kann dich hören. Wof, wof. Ja, genau. Es war nicht einfach, meine mobile Galerie während der Pandemie zu managen, wisst ihr? Aber ich bin froh, dass meine Kunsthilfen viele Leute durch die Isolation, viele Leute durch die Isolation geholfen haben und mit ihrer mentalen Gesundheit. Ich hasse es, dass Leute, hm? Also, ich hasse Leute so sehr. Ich war voll okay mit der Isolation. Ich muss sagen, dieses Barbecue nach der Pandemie ist das verdammt Beste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Und meinem wütenden Hund auch. J-Cats, die übrigens mega süß aus, wie sie da mit dem Bein spielt die ganze Zeit. Wuff, wuff. Ich bin dankbar, dass ich meine Katze gefunden habe. Wir verdienen alle eine zweite Chance. Wie auch immer, will jemand mehr Limonade? Also wird das Leben langsam wieder normal und die Beziehungen der Nachbarn sind stärker denn je. Obwohl es immer noch viel gibt, was ich nicht verstehe. Also, es scheint, der Katzenkrallenzauber war Voodoo vernünftig genutzt. Es ist eins der wenigen Voodoo-Zauber, der, ähm, nicht nur starke Magie, ähm, besiegt, sondern auch Tod selbst abwehren kann. Ich muss sagen, obwohl es knapp war, am Ende habt ihr einander nicht aufgegeben. Obwohl dein Mensch gekämpft hat, um dich zu retten, hast du versucht, dein Leben aufzugeben, um die Zeremonie zu beenden. Die Magie hat sich ausbalanciert und Mutter Natur hat das fährste Ende gewählt. Du hast dein Leben mit dem Dämonenkönig bezahlt oder gegeben und bist dafür als Kätzchen zurückgekehrt. Eine zweite Chance für jeden. Nun, weil die Zeremonie beendet wurde, ähm, hat es nicht das Ende der Welt mit dem Dämonenkönig ausgelöst, sondern stattdessen wurde die Erde gerettet und der Virus ausgelöscht. Traurigerweise gibt es nichts, was wir tun können für die Leben, die während der Pandemie verloren wurden. Sobald sie, ja, diese Grenze überschritten haben, gibt es keine Rückkehr. War es Schicksal? Oder war das alles nur das, der verrihle Zauber einer dummen Katze? Das Ende. Okay. Das war ja auf jeden Fall wesentlich schöner und auch länger als das letzte Ende. Super cool. Ähm, und gut, dass wir das richtige Foto mitgenommen haben. Ich muss sagen, der Song gefällt mir auch wirklich. Ähm, ja, vielen Dank an Joy Sucke, dass ich das Spiel spielen durfte. Es war super cool. Ich würde sagen, das Ende hat mir jetzt so gut gefallen. Das war so schön. Ich gucke nicht noch nach, wie man das letzte Ende freischaltet. Das müsst ihr selber machen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Spiel auf Itch.io runterladen, jeder zu seinem eigenen Preis. Ähm, aber unterstützt ruhig die Creatorin. Ich weiß, man kann es sich auch so holen, aber gebt ruhig ein bisschen was. Das Spiel war wirklich cool. und, ähm, ja, also, auf jeden Fall voll schön. Bisschen verrückt am Ende jetzt, aber mir hat es mega gefallen. Ein paar kleine Bugs, aber das macht ja nichts. Für das erste Spiel auf jeden Fall. Ich bin sehr beeindruckt. Super schön. Danke, dass du deine Katze gefunden hast und die Welt gerettet hast. Ja, gerne. Ich, ich fand's super. Also, ja, wie gesagt, unterstützt es auf jeden Fall. Guckt euch noch das letzte Ende an. Oh, das ist ein kürziges Foto von J-Cat. Wunderschön, wie er ist. Genau, es basiert nämlich, glaube ich, auf der echten Katze von der Entwicklerin. Also, von der Joy-Suke. Genau. Ah ja, ich fand's wirklich schön. Das war ein gutes Ende. Ähm, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie man sich das letzte Ende noch holt. Dann gucke ich mir das auch noch an. Und, ja, dann freue ich mich. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play Projekt. Bis dann.